Die 3S IP hat einen Zug gebaut Hat dafür Stahl aus meiner Garage geklaut Sie muss wohl mal weg, einfach hinaus Wahrscheinlich hält sie es hier nicht mehr aus Bis zum Horizont, für die Gleise, für den Zug von Pi Der Zug geht da hinfahren, bis er am Ende einfach fliegt Vielleicht verschwindet die Kreiszahl ja jetzt für immer Jedenfalls fährt sie grad bei mir im Zug durchs Wohnzimmer Ich sehne 3 und komme und dann 1, 2, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0 Das nimmt gar kein Ende, ich bin gerade eingepennt Es geht immer weiter, denn Pi ist voll Transzendent Pi, 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 pi-pi, pi… Beep, 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 beep